Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Götterfunken – Genuss für Geist und Gaumen. Von der letzten Intertabak in Dortmund im September habe ich eine Neuigkeit für dieses Tasting mitgebracht und zwar die Viking Series, die Wikinger Serie von Royal Danish Cigars. Ich habe auf der Messe mit dem Mann hinter Royal Danish Cigars mit Jan Wistesen länger sprechen können und die Serie umfasst drei Formate. Einmal die große 19,5 cm lange Odins Rache, dann Thors Hammer mit 14 cm, sicherlich etwas kleiner als die tatsächliche Götterwaffe und dann die kleinste ungefähr 10,1 cm, 10,2 cm lange Valhalla's Burning. Alle haben ein sehr muskulöses Ringmaß von 60 und kommen ansonsten in der gleichen Tabakmischung daher. Die Preise werden, so es dabei bleibt, was Jan Wistesen mir gesagt hat, 6, 8 und 9 Euro betragen und die Zigarre soll Oktober, November, jetzt haben wir schon November, wo ich das Video drehe, in Europa ausgerollt werden. Und noch, ich habe extra noch einmal nachgeschaut, ist sie bei Händlern nicht gelistet, aber wie gesagt, sie müsste jetzt bald zur Verfügung stehen. Nichtsdestotrotz kann man ja dieses Tasting schon einmal machen und für das Video ausgesucht habe ich mir nicht das große Format, zumal wir Allvaters Rache ein wenig fürchten und die Größe auch den ohnehin bei meinen Videos ja meist schon durch den Sprachfluss längeren Rahmen noch einmal sprengen würden. Und die kleine Valhalla's Burning gönnen wir doch den Einheria, den gefallenen Helden, die nach Valhall gekürt werden von den Valgüren, noch ein wenig ihr Schwertkampf und Festmahlgeschmause, bis dann die Götterdämmerung selbst dafür sorgen wirkt, dass die Halle abbrennt. Und ich habe mich also für Thors Hammer entschieden, zumal dieser Gott wohl der menschenfreundlichste der Asen gewesen sein soll, nämlich jener, der wirklich den Menschen sehr, sehr zugeneigt war, sie Ackerbau und all diese Dinge lehrte und vor Riesen und anderen Gewalten beschützte. Zu den Götterfunken heute habe ich mir sozusagen als Hommage an Royal Danish Cigars einen dänischen Dichter herausgesucht, und zwar Jens-Emmanuel Baggesen, zu ihm gleich etwas mehr, aber erst einmal wollen wir die Schnüffelprobe machen. Und der Kaltgeruch weist Leder, eine leichte Süße, Gewürze, noch nicht ganz einordbar welche, aber eine gewisse Würzigkeit, ist kein Pfeffer, es spricht an, der Kaltgeruch spricht deutlich an. Testen wir auch gleich den Kaltzug. Der Hammer erschlägt einen nicht. Leichte Würze auch an den Lippen, aber auch nichts besonders Starkes. Ein angenehmer, mosiger, süßlicher und nicht zu fester und nicht zu leichter Zug scheint es zu sein. Und bevor wir gleich Funken aus dem Hammer schlagen, möchte ich Ihnen ein erstes Zitat von Jens Baggesen präsentieren und dazu vielleicht noch als Vorinformation geben. Jens-Emmanuel Baggesen stammte aus sehr armen Verhältnissen. Er wurde 1764, also fünf Jahre nach unserem Schiller, den er sehr verehrte, geboren. Und er starb 1826. Geboren wurde er auf Corsor, also Seeland, in Dänemark. Und gestorben ist er in Hamburg. Während seines Theologiestudiums, das dem sehr armen Baggesen ein Stipendium erst ermöglichte, gab er sich den Zweitnamen Immanuel in Verehrung zu Immanuel Kant, denn dessen Philosophie und die Ideale der Aufklärung interessierten ihn bald weit mehr, als das Theologiestudium, zu dem er eigentlich angetreten war. In seinen Gedichten, die er sowohl auf Dänisch als auch auf Deutsch verfasste, setzt er sich sehr stark mit den politischen, aber auch gesellschaftlichen Verhältnissen auseinander. Natürlich ist auch Lyrik, Naturlyrik, hervorragende Naturlyrik, Liebeslyrik darunter, aber eben auch sehr viel Bissiges, Scherzhaftes und Ironisches, in dem man manchmal schon eine Art Heinrich Heine vorausahnen kann. Besonders interessiert hat ihn das Umfeld der Ideale der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, schalte es aus Frankreich herüber. Das hat ihn begeistert, wie Schiller ja auch zuvor. Aber die Umsetzung, beziehungsweise mehr die Verleugnung dieser Ideale dann in der Revolution, hat ihn wiederum stark erschüttert. Die neueste Aufklärung Sie lief wie toll herum an allen Gassenecken, um Frankreich dort und Deutschland hier zu wecken. Was sie geleistet hat, ist länger kein Problem. Die Völker dürfen nicht einander necken. Sie dort erhielten Schrecken zum System. Und wir Systeme zum Erschrecken. Ein erster Jens Baggesen. Zu unserer Zigarre. Jan Wistsen, mit dem ich mich wie gesagt länger unterhalten durfte auf der Messe, ist gleichermaßen Master Blender, Master Mind. Er ist Manager, er ist Produzent, er ist auch Vertriebsleiter und teilweise legt er sogar bei der Dekorierung seiner wertvollsten Zigarren selber Hand an. Eines aber tut er meistens nicht. Und das ist sehr, sehr schade. Er verrät nicht, woher die Tabake genau kommen und was sie genau für eine Zusammensetzung haben, die er in seinen Blends so verarbeitet. Jetzt weiß ich, warum er Thorshammer heißt. Kalt kam er noch recht friedlich. Daher angezündet präsentierte er sich mit deutlichen Pfeffernoten auf der Lippe und auch im Gaumen Retro-Nasal schon etwas brennend. Aber nicht so brutal, dass man nicht noch weitere Aromen erschmecken könnte. Als da zunächst sind ein sehr holz- und heuartiges Aroma. Etwas leicht fleischiges. Nicht so stark, wie man es von seinen Umami-Zigarren kennt. Aber doch vorhanden. Und eine ganze Reihe von Gewürzen, die da noch warten, entdeckt zu werden. Apropos Gewürze. Ich sagte ja eben, der Jan Wisten verrät nicht, was genau für eine Mischung da drin steckt. Aber er produziert zurzeit überwiegend in Nicaragua. Und was sehr schön und sehr selten ist, er achtet bei fast allen seinen Plantagen, das sind nicht seine Plantagen, sondern seinen Kooperationspartnern, was auch oftmals sehr, sehr kleine Bauern sind, darauf, dass die möglichst ohne Herbizide und Pestizide, also fast ökologisch und nachhaltig arbeiten sollen. Denn er möchte den puren Geschmack des Terroirs, des Bodens, erhalten. Und er sucht Mischungen, Blends, die auf die langjährige, die über 100-jährige Tabaksgeschichte Dänemarks in den westindischen Inseln zurückgehen. Alte Rezepte. Vielleicht will er sie deswegen auch nicht verraten. Die hatten allerdings nicht in Nicaragua produziert, sondern ich glaube auf den Jungferninseln damals, die, glaube ich, auch teilweise zumindest Kolonialgebiet der Dänen waren. Aber wir haben ihm dann doch entlocken können, dass zumindest Teile der Tabake, die hier in der Viking Series verarbeitet wurden, eben aus Nicaragua, und zwar aus einem Gebiet so 130 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt gelegen, Matagalpa heißt die Region, und diese Region ist gar nicht für Tabakanbau bekannt. Esteli ist ja das bekannte nicaragosche Anbaugebiet. Und Matagalpa ist eigentlich das Kaffee-Anbaugebiet schlechthin. Und er sagt, genau das ist der Grund, warum dieser Tabak etwas Spezielles hat, weil diese Böden so gut wie gar nicht bisher von Tabakpflanzen sozusagen bewohnt wurden und ein ganz eigenes Wirtsspektrum in die Pflanze mit einbringen. Und dem will ich jetzt noch etwas weiter auf die Schliche kommen und Ihnen noch einen weiteren Jens Baggesen präsentieren, vorher vielleicht noch erwähnt. Er hatte dann nach seinem Studium irgendwann mit scherzhaften Geschichten im Stile von Christoph Martin Wieland, dem Weimarer Wieland, in Kopenhagen Erfolg und konnte sich dadurch ausgiebige Reisen leisten. Und eine der ersten führte ihn über Deutschland und die Schweiz nach Frankreich. In der Schweiz lernte er dann seine Ehefrau kennen. 1790 heiratete er, und zwar heiratete er Sophie von Haller. Und das ist die Enkelin des berühmten Albrecht von Haller, des großen schweizerischen Universalgelehrten, Arztes, Wissenschaftler, Anatom, Dichter, großes Gedicht, das Alpengedicht geschrieben. Haller ein sehr bedeutender Mann gewesen und dessen Enkelin heiratete also unser Jens Baggesen. Sie schenkte ihm auch zwei Kinder. Und diese ganze Reise verarbeitete er in seinem Hauptwerk Das Labyrinth, ist ein Roman, eine Reiseerzählung, die in Dänemark heute noch gelesen wird. In Deutschland gibt es sie, auch aktuell noch auf dem Markt, aber sie ist leider nicht sehr populär, obwohl sie wunderbar nachzuvollziehen ist. Und es war der erste moderne dänische Roman. 1790 war auch das Jahr, in dem er Schiller das erste Mal persönlich traf. Und mit diesem Schiller verband ihn ja so einiges, eben auch die Ideale, für die beide ein wenig einstanden, der Aufklärung, der Freiheit. Schiller war ja auch ein großer Freiheitssichter, denken Sie an Wilhelm Tell nur zum Beispiel. Und während Schiller ja die Schreckensherrschaft, die blutigen Taten der Revolution so verarbeitete, dass er, wie er es immer tat, ein möglichst großes Ideal dagegen gestellt und sagt, verhaltet euch doch bitte so, wer seid wie Künstler, die das Gute und Schöne wollen, hat Baggessen ganz tief den Finger in die Wunde gelegt und hat gesagt, hier, spiegelt euch doch bitte mal, so seht ihr aus. Wo Schiller hymnisch mit dem Friedenssymbol des Palmenzweigs in der Hand das neue Jahrhundert begrüßt mit den Worten, »Wie schön, o Mensch, mit deinem Palmenzweige stehst du an des Jahrhunderts Neige in edler, stolzer Männlichkeit, mit aufgeschlossenem Sinn, mit Geistesfülle, voll milden Ernsts in tatenreicher Stille.« Da steht bei Baggessen als »Die Krieger« betitelt in seiner Parodie auf Schillers Gedicht »Wie scheußlich, Mensch, mit deinem Bajonette stehst du in der geschlossenen Mörderkette, mit eingefuchtelter Vermessenheit, mit feigem Sinn, mit wütender Gebärde, taktmäßig stampfend auf der blutgen Erde.« Und wenn Schiller schreibt »Im Fleiß kann dich die Biene meistern, in der Geschicklichkeit ein Wurm dein Lehrer sein, dein Wissen teilst du mit vorgezogenen Geistern, die Kunst, o Mensch, hast du allein«, so heißt es bei Baggessen, »In Geilheit kann dich Orang-Utan meistern, in Schlauheit kann ein Fuchs dein Lehrer sein, die Politik teilst du mit Höllengeistern, die Taktik nur hast du allein.« Unsere Zigarre geht gerade in das mittlere Drittel über und bevor ich jetzt wieder ein Teufelsfunken fabriziere, streife ich die an und für sich schöne und feste Asche, die sich hier bildet, einmal ab und will zur aromatischen, ist recht fest, also das hätte ich noch warten können. Will zur aromatischen Entwicklung sagen, die ist wirklich nicht hammermäßig schwer, um beim Jöllnir, bei Torshammer zu bleiben. Sie hat einen Körper, einen relativ vollmundigen Körper, aber keinen so kräftigen, wie ich es am Anfang vom Pfeffer her gedacht habe. Der Pfeffer geht jetzt im angehenden mittleren Drittel zurück und es kommen hochinteressante Aromen hinzu und eine, die ich sehr deutlich herausschmecke, die ich so bei Zigarren selten habe, ist der Boxhornklee, der ja etwas Nussiges hat, der aber auch so eine angenehme Weichheit und Vollmundigkeit bietet, die auch in dem großen Rauchvolumen, das dieser, ja, dieses 60er Ringmaß hier präsentiert, sehr gut zum Tragen kommt. Auf der Zigarrenmesse übrigens, wo ich mich mit Jan Wistesen unterhalten konnte, hatte ich auch, das möchte ich noch erwähnen, eine sehr freundliche Begegnung. Auf einmal sprachen mich zwei Herren an, die mir unbekannt waren und es stellte sich heraus, dass es zwei begeisterte Zuseher unseres Kanals sind und dieses kurze Gespräch mit den beiden hat mich doch sehr gefreut und die beiden Herren, wohl aus Heidelberg oder der Umgebung stammend, sind also auf diese ja eigentlich nur für Fachbesucher zugängliche Messe gekommen, da sie wohl im Begriff sind, gerade eine Zigarrenlounge in Heidelberg zu eröffnen und ich möchte mich einmal für den Besuch auf der Messe bei mir bedanken und zum anderen Ihnen ganz viel Glück und möglichst viel Erfolg wünschen bei Ihrem Vorhaben eine schöne Zigarren-Genießer-Lounge im wunderschönen romantischen Heidelberg oder Umgebung zu errichten. Ich würde mich freuen, von Ihrem Vorhaben weiter zu hören. Schreiben Sie es entweder in die Kommentare oder schreiben Sie mir einfach eine Mail. Unsere Zigarre weist wirklich eine enorme Ehrlichkeit auf und das ist dem absoluten Qualitätsfanatismus von Jan Wistensen zu verdanken. Dieser Mann hat tatsächlich neun Jahre lang gesucht nach den besten Farmen, Böden, Anbaugebieten, nach den besten Rollern, bevor er überhaupt seine allererste Zigarre auf den Markt brachte und er verzichtet auch komplett auf eine, ja, er sagt schon, das ist eine Verfälschung des Geschmacks. Viele Zigarrenhersteller tunken ja die Tabake bei der Fermentation noch einmal in so eine Lauge, wo dann auch viel Vanille mit drin ist, die ihnen eine schönere Farbe gibt und seiner Meinung nach auch das Aroma nicht unbedingt zum besten verfälschen und auf solche Praktiken verzichtet Wistensen total und setzt nur wirklich auf das Terroir, auf den Boden, auf die Kraft der Pflanze an sich. Irgendwann hoffe ich mal, dass er dann doch geneigt ist, den kompletten Blenden mal preiszugeben, was da drin ist. Jens Baggesund hat wie gesagt ja in Frankreich, nicht in Frankreich, auf seiner Reise durch die Schweiz seine erste Frau kennengelernt, die dann 1795 glaube ich oder 1797 verstarb. Zwei Jahre später heiratete er erneut und zwar eine Tochter eines französischen Diplomaten, wohnhaft nahe bei Paris und dort hat er dann auch den Großteil seines Lebens verbracht. Wobei er aber immer wieder seiner Reisewut unterlag und viel hin und her reiste. Er hat auch dann später 1813 eine Professur in Kiel angeboten bekommen und hat sie auch angetreten für dänische Literatur und Sprache und diese Professur hat er allerdings nicht sonderlich ernst genommen, kaum ein Jahr ausgeübt, sich immer wieder krank gemeldet. Er war auch ein sehr kränklicher Mensch, immer wieder von Krankheiten, teilweise auch von Depressionen geplagt, was man seinem Werk nicht unbedingt anmerkt, denn er hat auch sehr starke humoristische Züge, die sogar so stark waren, dass man ihm mangelnden Ernst in seiner Dichtung vorwarf und sagte, er hätte nicht das große Ganze, das Ideal im Blick, sondern immer wieder verschiedene scherzhafte, ja fast satirische Züge war es auch in einem seiner weiteren Hauptwerke, der vollendete Faust, ein großes Drama, der Titel piekst so ein bisschen gegen Goethe, dessen Faust ja zunächst als Fragment herauskam, gerade in dieser Zeit, und er ist, dieser vollendete Faust von Parkinson ist ein Schauspiel, eine Satire, die die politischen, künstlerischen, gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland aufs Korn nimmt und deswegen auch in unserem Land auch heute noch sehr schön und gut zu lesen ist. Der Zigarrenrauch selber ist jetzt nicht sehr cremig, er ist aber auch nicht kratzig, es ist ein angenehmer, wie gesagt, voluminöser Rauch, der besonders jetzt auch Retronasal diese Boxhorn-Klee-Aromen bringt, verbunden mit ganz, wirklich ganz, ganz leichten Anklängen an einen milden Milchkaffee. Trotzdem ist immer noch etwas von diesem Pfeffer da, von der Aromatik her allerdings eher so in Richtung Habanero-Chilis, nicht so scharf, aber doch so vom Unterton her. Eine sehr interessante, geschmackvolle Zigarre. und ich hoffe, dass sie sich noch weiter entwickelt, jetzt gleich im mittleren Dittel und präsentiere ihnen noch einen Baggetzen, der sich zum einen auf das Genietum der Romantiker, das er sehr belächelnd betrachtete, bezieht, zum anderen und viel deutlicher aber auf die Philosophie von Fichte, der ja diese Ich-Lehre, die Lehre vom absoluten Ich postulierte, dass sich selber dadurch sozusagen bestimmt, dass es sich bestimmt. War jetzt etwas unphilosophisch ausgedrückt, aber wenn es interessiert, das kann man natürlich alles nachlesen, aber dieses sich selber setzen, mit diesem Begriff spielt er wunderbar, indem er ein wenig ironisch zwischen dem sich setzen im philosophischen Sinne als sich als etwas bestimmen und sich hinsetzen spielt und den hören wir uns jetzt an, derweil ich hier in der Zigarre weiter vorankomme. Der Ich-Lehrer Ich setze mich, versammelt euch zu meinen Füßen, ihr Herren, jeder setze sich und horche meinen strengen Schlüssen. Ich selbst bin ich, gesetzt durch mich, und weil ich mich gesetzt, versteht sich. Du da bist du, er dort ist er, doch diese Duen, diese Erren sind alle nicht ich, meine Herren. Nur wer sich setzt durch sich, wie ich mich setzte, der ist ebenfalls ein Ich und aller nicht ich Herr, gebietet in der Welt der Duen und der Erren ein jetzt gar Mensch ein künft gar Gott Da habt ihr simpel leicht und zwar im Grunde spott wohl feil den Stein der Weißen meine Herren Der ironische der scherzhafte Baggessen an einen Freund schrieb er einmal, als man ihm wieder mal den Vorwurf der Scherzhaftigkeit machte Mein tiefer Ernst wäre dir und allen Sterblichen unerträglich, wenn ich ihn nicht in diese Narrenkappe einwickelte Auch hier vielleicht schon eine kleine Vorausdeutung auf den schriftstellerischen Charakter des Heinrich Heine Die Zigarre selber entwickelt sich weiter, sie wird erdiger, die Töne werden tiefer, dunkler Es kommen deutliche Waldaromen Steinpilz vielleicht sogar Pfifferling mit hinzu das Ganze sehr erdig immer noch Mosig ein Hauch von Süße überhaupt nicht übertrieben also wirklich nur ein Anklang dabei jetzt eine gewisse Trockenheit im Mund die aber nicht unangenehm ist Ich kam vom Norden und ging nach Süden Ich zog von Osten und flog nach Westen und wo ich eilte und wo ich weilte fand überall ich ein anderes Elend als ich verlassen Nur eines fand ich an allen Orten dasselbe bleibend Des Krieges Wahnsinn Des Krieges Laster Des Krieges Gräuel Und Nirgends Frieden Die Verschiedener Keime Verschiedener Blüten Und Früchte Im Reifen Sie All erglühten In gleichen Streifen Von Menschen Blut Zum Schluss Einmal Mit Einmal Einmal Hammerschlag Das finale Eingeläutet Oder Die Zigarre Ausgeläutet Und Somit Kommen wir Zum Zeugnis Zur Optik Und Haptik hatte ich noch nichts gesagt Es ist ein sehr schönes klares geschmeidiges Deckblatt Das viel mitmacht Fehlerverzeihend Auch durch das große Volumen Das Zugverhalten entsprechend durchweg gut und voluminös Das Aromenspektrum dazu hatte ich einiges gesagt ist groß es ist breit es ist nicht unbedingt opulent aber doch über dem Durchschnitt auch dem Preisdurchschnitt solcher Zigarren Teilweise zumindest erhaben Da gibt es deutlich schlechteres was sie für diesen Preis kaufen können Die Verarbeitung ist sehr gut Ich hatte also keinen Schiefbrand zu bemängeln keinen Tunnelbrand Ein wirklich gelungenes Werk was Jan Wissensen da vollbracht hat Und wenn die Zigarre denn demnächst hoffentlich für alle verfügbar sein wird probieren sie einfach mal und ich bin immer interessiert an ihrer Meinung wie sie ihnen geschmeckt hat schreiben sie wie immer in die Kommentare Ich bemühe mich meist auf jeden zu antworten persönlich und freue mich auch immer über die Austausch Möglichkeiten unter den YouTube Videos Bei allem was man am Ende von einer Zigarre sagen kann denken sie immer daran manchmal ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre Zeit h 3 2 1 2 2 3 5